...Henninger, Elena Knöbel, Sophie Auer, Lauling Greiter, der Sieb-Vergebung hin, genau so dieser Bodo Damikogreiter, Anna Strobl, Anna Marie Mauter, die gar nicht nur mit Sprechenden und Guganzen, sondern ist ja eine Superbringerin, genauso wie die Diana Kletzenbauer, und noch zwei haben wir in der Reihe, die Nina Dara und den Moritz-Hottinger. Unverbringerin ist in Summe 19 Frau-Mann-Stark, und ich glaube, es ist großartig, dass so viele junge Leute sich bereit erklären, die Kinder den Nachwuchs zu betreuen, und dass unsere sehr, sehr erfahrenen Erwachsenentrainer auch für die Paare da sind. Das ist das Konzept, das wir seit mehr als 35 Jahren in diesem Verein pflegen, und es hat immer super funktioniert. Danke vielmals, dass ihr so engagiert seid und für die Erfolge, die heute hier und auch in Zukunft passiert, verantworten seid. Dankeschön. Ja, und diejenigen, die sich nicht unbedingt vielleicht im Training betätigen, die haben andere Aufgaben, im Vorstand zum Beispiel, oder weitergehend dann in der Nachwuchsarbeit. Und ich darf jetzt stellvertretend für die Lisa und den Walter Hochfeld, den Walter zu uns bitte. Die Lisa ist nicht mehr da, weil sie den Nachwuchs, nämlich den Clemens, schon ins Bett gebracht hat. Aber heute und dieser war ganz, ganz viele Jahre bei uns im Vorstand tätig. Sie haben Großartiges geleistet, sie haben immer den Verein sehr loyal unterstützt, wir haben wirklich viele, viele tolle Veranstaltungen gemacht, wir haben viel auf die Beine bekommen, und dafür wollen wir Danke sagen für eure langjährige Tätigkeit. Die Birgit hat ein paar Geschenke, natürlich auch für den Clemens. Einen großen Applaus für Lisa und Walter Hochfeld und den Clemens zu verbreiten. Danke, danke, danke. Ja, und damit bleibt hier jetzt wunderbar, Ihnen einmal danken zu sagen, dass Sie zu uns gekommen sind. Und bevor wir weitermachen in der Veranstaltung, haben wir noch jemanden, den wir gerne ehren möchten. Und das ist ein Mitglied, das fast von der ersten Stunde an in unserem Verein als Mitglied tätig ist und getanzt hat, immer alle unterstützt und sozusagen die Seele unseres Vereins auch ist. Und das ist die Elphi Fries. Es ist großartig und ich würde mir wünschen, so fit zu sein wie du. Wir haben schon einmal gemeinsam getanzt in der Tanzfläche, du schaffst das doch nicht nicht mehr. Also, trotzdem, Danke vielmals für alles, was du für mich vorhin getan hast. Ja, jetzt haben wir die Pause dahinter und jetzt kommen wir noch zu einem großartigen Finale. Ganz, ganz tolle Runden stehen uns bevor. Ich wünsche Ihnen noch viel Vergnügen, viel, viel Spannung und bleiben Sie bis zum Schluss. Ich kann Ihnen sagen, die Siegerungen sind heute sicher auch sehr, sehr spannend. Dankeschön. Danke an den hohen Anbieter, auch wenn er nicht mehr tanzen kann, aber schnell genug, dass er den Wert am Gesicht verspielen ist. Ja, alle waren noch. Und wir können dann somit auch gleich weitermachen. Wir lassen uns jetzt weiter. Und wir starten gleich mit der Nummer 102, Felix Hofinger und Marie Fechner. Oh mein Gott! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 In Runde 2 begrüßen wir in Startnummer 108 Florens Winkler und Veronika Dobröckler Florens Winkler und Veronika Florens Winkler und Veronika Florens Winkler und Veronika Florens Winkler und Veronika Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020